Das ist die größte Wand der Düne Europas und wir wollen so weit wie möglich springen. Deshalb haben wir einen Gymnastikball eingebuddelt. 2, 2, 1 Und dann ging es auch schon los. Vollgas hat den Ball drauf und ab die Düne runter. Bevor ich den Bergstuhl probiere, wollte Sammy noch so weit wie möglich springen. Aber wenn wir viel zu lange gepokt haben, um den Ball einzukramen, hat sie wirklich Bock gemacht. Wer von deinen Freunden muss das mit ihr ausprobieren?